So haben wir in der Unterkunft, da wird hier der Mann, der ist Landwirt und hier wird die Zeile gerade getroffen. Schau mal hier, wird da die Zeile alles angeliefert, ne? Hier fährt er das dann mit dem Ding da rauf, mit dem Radlader. Genau, und hier, wenn er das dann hoch geht, zu fahren, ne? Das ist dann hoch. Hier, wo die Enten hier, vom Endenteil gegenüber, die sind ganz wild hier, guck mal, die haben hier so viel Getreide, die geht über Bord, die fressen hier auf der Straße. Sie sind wild, ohne Ende, du. Mensch, so die Enten gehen, sie sind völlig ab, hier, du. Das ist natürlich jetzt für die 5-Sterne-Menü hier, guck mal an hier. Die sind ganz aufgeregt, hier guck mal, auf der Straße, hier wird hier futter was aus solcher ist. Mensch, du, hier ist eine Entenwanderung, ohne Ende, du. Boah, Leute, du, ich bin ganz außer mir hier, weiß gar nicht, was hier los ist, du. Guck mal an hier, die dringen hier völlig ab, du. Ich bin ganz gierig, du, guck mal an hier. Die gönnen dem anderen überhaupt nicht, du. Die fressen ganz schnell. Los dem anderen nicht gönnen, ne? Ganz, 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 ganz schnell. Mein Gott, das ist ein Drama, so, Drama in drei Akten, so. Die Enten, die machen einen Knirbel. Ich bin immer kräftig klein auf der Gasse, ne? Ja, ja. Mensch, so, hier ist ein paar Silo. So, das ist ja. So, das ist ja, wo die Silo-Töne sind. Die Silo-Töne sind ja gar nicht hier, ne? Aber hier in der Station. Hier sind wir ja wirklich Oma. Die sind hier alle hinter der Trense wieder weg. Weg, 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 weg. Zugang, weg, 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 weg.